und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir so schaut es aus ja heute mal eine tonne der neuen karten bekommen die schauen wir uns ein paar davon an dazu haben wir noch ein paar neue updates ein paar infos zum spiel noch und damit geht es los in den neuen heutigen content also dem einen oder anderen wird bestimmt aufgefallen sein dass diese herausforderungen die mir über die nations of hockey machen kann um die noch jetzt noch 25 tage laufen das heißt der event wird über vier wochen laufen heißt im umkehrschluss auch wieder das ist team of the year wahrscheinlich am 6 januar dann rauskommt und gerade mit dem hintergrund dass der event vier wochen geht bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher ob wirklich diese vier die fälschlicherweise geleakten karten auch schon diese woche kommen oder erst im lauf der woche das ist also mal irgendwie umswitchen jetzt abgrund des leaks dann für diese nations of hockey ziele braucht mehr gewaltig viele spiele klasse wird aufradiert wenn man wenn man mehr spiele im team hat ich habe nur einen team deswegen bezahlt mir nur einfach zwei spiele gemacht deswegen zwölf war wenn man zwei spiele im team hätten bei 24 und da hätte es dann mit den heutigen karten die rauskamen nur 22 karten überhaupt von dieser ganzen serie geht geht natürlich die auch wenn für einen mega deftigen preis weg also wir haben 17.000 von 82er wir haben von 82er 20.000 wir sind ja auf der xbox hier haben wir 19.000 von der 82er karte also ich würde wenn ich ein ziehen würde wenn der ist tauscht würde ich ihn sofort verkaufen ich würde einen anderen weg gehen um an spieler ranzukommen ich würde mir in dem fall jetzt collectibles machen würde dieses nations of hockey power up msp choice set mit 84 oder 4 mit 84 einfach mal ein zwei mal zu machen dann hat man choice pack immer aus zwei also wenn man es zwei mal zu macht hat man schon die chance dass man da sich auch zwei verschiedene auswählen kann nicht mehr die gleichen danach wird es ein kritischer klar kann man auch für drei collector ist das hätte noch mal zu machen mit 85er karten mit 84 karten das ganze natürlich wenn die belohnungen draußen das heißt wir reden vom mittwoch oder donnerstagabend wenn der preis wieder sinkt jetzt gerade zum montagabend der markt ist leer morgen wird es noch schlimmer aber dann werden die belohnungen am dienstag am mittwoch oder am donnerstag rauskommen dann fällen die preise oder dann sich da hier vier spieler gebastelt die ins lineup reingepumpt und dann einfach spielen lassen in den hinteren reihen in squad battles für die reihe oder was kommen die aus eis in goalie von mir als backup goalie wenn er nicht weiter upgraden wollt er ist im endeffekt billiger als sich dafür für eine 82 karte und ihr habt eine 84 karte das nächste als eine 82 karte für 20.000 münzen zu kaufen ganz ehrlich dann zu diesem fantasie eishockey talented choice pack bei den lady flames habe ich schon aufgemacht habe ich einen verteidiger auf den rechtschießen verteidiger für die linke seite gebraucht habe mccain edison genommen klar war bedarf da hier in meinem hauptteam habe ich immer noch keinen bedarf deswegen lasse ich das pack noch zu also wenn ihr jetzt bedarf habt der edison mit 88 ist besser als adam fox meiner meinung nach und wenn ihr keinen braucht dann lasst das pack noch zu lasst bis dezember januar ist es schon dezember bis januar drin und guckt wie sich die ganze sache weiterentwickelt und weiterer grund warum ich so karten wie jetzt den 280 ryan ellis direkt verkaufen würde weil jetzt kommen nach und nach immer mehr karten raus sei es der ganzen auktionsausse wird wieder voller und dementsprechend fallen auch die preise also jetzt hat wird sobald er entzieht verkaufen kriegt er noch den maximalpreis wird in den nächsten tagen alles ein bisschen fallen gerade wenn die belohnen draußen sind wenn neue karten kommen dann kosten die auch nicht mehr als alle anderen spieler mit 82 schauen wir uns mal ein paar von den neuen karten an anfang macht der finanzger mazzogallo asen aus norwegen rechter flügelspiele 1 73 groß 82 kilo mit diebisch und mega ablenkung 99 90 tempo ist top der rest lässt sich eigentlich zu wünschen die schluss im mittleren 80er bereich hände sogar im hohen 80er bereich aber die schenke ist bei 72 bei dem geringen gewicht bei der geringen größe keine keine synergie dabei keine fähigkeit dabei wo es besser macht aber gerade für einsteigerteams ist wird ja wahrscheinlich auch schwer zu haben sein weil er eben gerade zu treu weg geht aber wenn irgendwann später der markt sich gesettelt hat dann so zu cutten die einfach schnell sind für euch auf jeden fall ein augenmerk aus finland aber ein 85er miro heißt kann ein rechter verteidiger 1 85 groß 88 kilo mit bombardiert und rückwärtsgang rückwärtsgang fand ich echt gut ich fahre auch mal im verteidiger rückwärts graben mit mittel tang und man kann mir die damit die stürmer mithalten auch mal den schnelleren von dem habe ich das bei mir immer an wir haben 87 bestellung 87 tempo 90 ausdauer ist schön auch die schusskraft ist bei 86 genauer bei 83 kann man ein bisschen hoch pushen noch wobei bombardiert wenn die wenigsten anhaben hände im hohen 80er bereich was wichtig ist und checken ist bei 81 sicher nicht kann die man einsetzen kann aber wie gesagt auch da wird der preis noch extrem hoch sein dann auch kein tag ohne rasmus dahlin karte aus schweden rechter verteidiger 1 91 groß 92 kilo mit gladiator und schläge hoch was ein super combo ist 87 bestellung 96 tempo schuss von der kraft bei 87 kann man die handgelenk schusskraft noch 89 pushen in dem im hohen 80er bereich diken ist bei 83 okay und boni checken kriegt man so 85 hoch mit schläger hoch klassik harte aus slowenien haben wir den sieben als ganze kopita ein center 1 91 groß 102 kilo mit bombardieren auserkorn im vorbild bombardiert bei ihm macht wenig sinn gerade als sender gerade auserkorn das vorbild ist noch nice solange eben hast du leute im team hat die wenig ausdauer haben der push ist ganz gut wird aber später auch irgendwann total belanglos 85 bestellung 85 tempo ist nicht der schnellste war er noch nie schuss von der von der kraft im hohen 80er bereich präzisions bei 87 hände im hohen 80er bereich und checken bei 86 und 87 phase of also eine klasse center option dann haben wir aus deutschland den 90 leon dreiser im 90er leon dreiseitel ein center 1 88 groß 94 kilo mit diebisch und dritten auge diebisch ist toll dritter das auge nicht so 888 tempo schuss von der kraft bei 91 genauer kreis bei 93 und 94 denn die kraft noch 93 hoch mit dem dieb an hände im 90er bereich body checken ist bei 84 der von sich muss dann bei 90 phase of rating ist bei 85 kann man hochpushen uns acht auf 88 wer damit klarkommt mit ihm eine gute karte seine x-faktor kann dann für drei power collector ist auch upgrader auf die 90er variante damit kommt noch vielseitig dazu und der wonky also wonky würde ich jetzt hier in den an machen aber der problem das gibt beschleunigung tempo nicht steigt wir haben noch keinen dieb mehr dabei klar man kann mit mit verteidigungen ist ein bisschen pushen noch kein dieb dabei ja wie gesagt wenn der fan von leon dreiser der seite gerne upgraden aber sagen wir wirklich blitz statt dazukommt dass ich noch mal von anderen karten abhebt und auch in kein dieb wäre es jetzt für mich kein upgrade grund und da bin ich gespannt wie morgen nach dem patch dann das neue outfit oder das layout von der karte ausschaut weiter geht's mit primetime karten namen von den olympics den 82er tristan luno linker verteidiger 1 88 groß 87 kilo mit magie und magnetisch gut ist nichts herausragendes 6 hat beschleunigung 680 tempo von der karte schon mal toll was halt immer gut ist hier die schusskraft ist bei 93 um schlagschuss die 390 beim handgelenkschuss gerade rest ist alles zum vergessen aber das sind da dass diese spieler eben silber karten als vorgänger hatten sind irgendwelche werte jetzt wenn sie weiter steigen oder wenn höhere karten kommen so hoch gepusht dass die dann so irrwitzige werte haben klar hände mies alles mies aber gerade ein doch nicht langsamer verteidiger mit so einer hohen schusskraft kann man sicherlich in seinem einen unterbringen von den viertel der vier flyers haben den 82er morgen frost ein center wobei ich ihn eher vom rechten flügel einsetzen würde 1,88 groß ne 1,80 groß 77 kilo mit gladiator und räder hat von haus aus 88 beschleunigung 88 tempo mit rädern kann nicht schlecht sein center option mit 78 am feld auch nicht gegeben aber allein auch hier allein während dem skating für niedrige teams für neue einsteiger sicherlich eine karriere nachdem ihr ausschalten solltet dann erstes tor nach über eineinhalb jahren der 400er eric stall von den florida panthers ein center ins 93 groß 88 kilo mit arbeits und silberner blitz start klar nicht der schnellste hat auch nur 80er im fels auf allerdings mit blitz start an wäre mir zum beispiel lieber als eine 80er fels auf gerade ohne blitz start er ist auch ziemlich groß von dem her kann man einsetzen arbeits hier würde ich ja an machen oder versuchen anzukriegen also zumindest mit 85 beschleunigung raus geht aber allein fürs fels auf gewinnen für die hinteren reihen mit drei punkten macht man nichts falsch dann noch zwei spieler mit denen kommt nicht jeder klar anfang macht hier der 85er antoni manta von den washington capitals rechter flügelspieler in 96 groß 106 kilo mit protector und kein wettkampf der durchweg 85er gerade mehr oder weniger also wenn er mit solchen spielern klarkommen den puck lange in der offensiven zone erhaltet sicherlich eine empfehlung für jeden der wohlzeit versucht den flügel hoch und runter zu pacen eher nicht so und das gleiche kann man auch über den 86er patrick leine von den columbus blutschack jetzt sagen ein linker flügelspieler in 96 groß 93 kilo mit diebisch und one t auch nicht der schnellste guten schuss auf jeden fall hände fast bei 90 politik ist bei 81 klar keine sender option aber auch so ein spieler wenn damit klarkommt sicher eine verstärkung dann von toronto maples der 87er william nylander linker flügelspieler 1 83 groß 92 kilo mit protector und scharfschutz ja auch eine gute kombo 99 90 tempo schuss im hohen 80er bereich hände sogar 90er bereich body checken geht mit protector noch 82 hoch also auch eine gute karte von den aerosio kajos haben wir den 85er clayton keller rechter flügelspieler 1 78 groß 81 kilo mit herz und seele und schnapp 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 schön herz und seele nicht so schön 90 beschonung 89 tempo schuss im mittleren bis 80er bereich hände bei 90 im schnitt body checken ist auch nur bei 76 und mit der größe da ist schoss ein problem viele verletzte und kranke spieler da muss der alte mann wieder persönlich einspringen der 86er jarome jager aus glatt noch rechter flügelspieler 1 91 groß 104 kilo mit herz und seele und wird ein auge leider keine fähigkeitssynergie 2080 beschonung 82 tempo man erst 50 jahre halt er darf so langsam sein der schuss ist immer noch bombe mit 81 kraft 87 genauigkeit ende im schnitt bei immer 80er bereich body checken soweit okay aber 82 beschleunung ohne skating synergie ist halt schon achtaf echt dann noch zwei damen und macht die sieben als kann rené de bier aus kanada ein goalie 1 75 groß 73 kilo mit bombardiert und letzten gefecht von den werten alles alles top ich finde aggressivität mit 73 schon ein bisschen hoch handschuh bei 92 ist toll tempo und beweglichkeit bei 92 aber ich habe die 86er karte mal am anfang drin gehabt die ist einfach zu klein die fülle ist dort zu wenig aus den ecken zerpflückt von dem her kann ich nicht empfehlen dann aus team usa die 89er megan keller rechte verteidigerin 1 80 groß 75 kilo mit hammer schuss und wonky kann man theoretisch bei beides an machen sondern die beschadung 99 tempo der schuss von der von der präzision beim schlagschuss bei 91 bei der kraft natürlich ein bisschen bisschen schwund dahinter kann man den hammer schuss hier ruhig an machen hände im hohen 80er bis 90er bereich body checken jetzt so viel auf 87 hoch also wäre seine seine ihre spotlight 23 gerade gehabt hat sicherlich ich sag mal gleichwertig weil die einfach die besseren fähigkeiten hat dann so eine typische durchschnittskarte die nicht schlecht ist aber auch nicht wirklich gut ist der 26er rott seiling aus von den nur granges alumni rechter verteidiger ins 83 groß 83 kilo mit bombardiert und schläge hoch ist schläge hoch auf jeden fall nice der rest mehr oder weniger durchweg bei 86 jetzt nirgendwo herausragend irgendwo wirklich schlecht also durchschnitt der 86er tim horton von den toronto maple leafs alumni ist ein linker verteidiger 1 78 groß 82 kilo mit magie und urgewalt ok also klar magie tut er gerade gut weil es dick nur bei bei 77 ist mit 6 also beschadung 86 tempo für mich rein von der größe von den maßen schon zu langsam schon zu einem hohen 80er bereich hände gerade mal im 80er bereich was schon echt wenig ist also und check mal 89 ok aber auch da wird er keine großen leute umhauen keiner der mir gefällt der 87er schack plant von den montreal canadiens alumni ist ein goalie 1 83 groß 79 kilo mit herz und seele und röntgenstrahl auch keine schlechte gerade auf dem papier aber auch mir einfach zu klein und in boston ruins haben wir den 87er will o'ree ein rechter flügelspieler 1 78 groß 82 kilo mit protektor und puck am faden ist hier auch protektor nice wir haben 99 tempo schuss im schritt bei 90 hände im mittleren 80er bereich body checken ist bei 86 kann man auf 8 ratio pushen also auch keine schlechte wenn er eben mit so ja sagen wir mal so es gibt sie aber 87 karten die besser sind der 88 karten lindsee von den detroit red wings sein rechter flügelspieler 1 73 groß 74 kilo mit die büsch und nahkampf sie mal zur besteuung sie mal sich tempo ist eigentlich auch schon für die maße und bin der 88 karte recht langsam der schuss von der kraft bei 91 genauer kreis bei 85 mit die büsch an hat mal 84 am face auf auch dafür wäre mir zu klein also nahkampf würde ich auf jeden fall an machen aber so rein von den maßen passt ja irgendwie nicht seine icon kann damit auch mit zwei power collectibles upgrade bar auf die 88er version damit kommen noch kein medkampf dazu und wir haben noch bombardiert okay also kein wo ich weiter upgraden würde abschluss macht der 89er stan mikita von den chicago blackhawks ein center in 75 groß 77 kilo mit vielseitig und nahkampf beides gut eine gute kombo auf jeden fall 87 beschleunung 87 tempo schuss im 90er bereich hände der offensiv wusste er geht auf 98 und der offensiv wusste er auf 97 mit 87 und phase auf kann man auch einsetzen aber auch eine kombination wie einfach so klein ist seine icon karte damit auch für zwei power collectibles upgrade bar auf 89 damit kommt noch der protector dazu wäre im prinzip schon besser weil er halt einfach die den grabschen noch hat die totale finster noch hat und dann mit einer skating synergie zumindest entweder auf 89 besteuung oder auf 89 tempo kommt dann noch unseren game day tilt auf auflösung von der battle of florida gustav forcing seit 85 war ganz knapp vor der 86 brenn hagel ist 85 84 gestiegen also da wenn so ein spiel läuft sind ihr kriegt es mit dass das spiel läuft kann man da unter umständen entweder ein schnäppchen noch schlagen oder eine karte wenn man sie hat tauschbar noch ganz gewinnbringend verkaufen wir zum ende vom heutigen video angelangt ich habe jetzt mittlerweile 48 von den 87 bis 86 karten für das team also hier gebunkert hier jeder send jede belohnung jede jede meilenstein rewards immer bekommt fließt in 86 oder 87 karte gucken was dabei rauskommt immer dran denken kanal liken video abonnieren vielen dank an alle andersrum vielen dank an alle neuen abonnenten an alle alten abonnenten und wir sehen uns die tage weiter dran denken sauber bleiben nur so schaut's aus viele lot noch ir ok Bis zum nächsten Mal.